Wo sind die? Die Händen. Was ist hier los? Warum hast du ne Fackel? Fackeln sind hier illegal, das weißt du schon, oder? Ja, dann mach mal schön die Fackel aus, ne? Du, ich sag's nicht zweimal. Mach deine Fackel aus. Ja, du bist aber ein ganz harter, ne? Der wehrt sich ganz schön. Sag mal, sag mal, hörst du mich überhaupt? Zille. Ja, hallo? Warum machst du deine Fackel noch an? Mach die mal bitte aus, wir sind hier illegal. Ja, ja. Ja, genau. So, so, so ist es richtig. Okay, ja, warum bist denn du hier? Ziehst du hier heimlich ne Fackel rein, hä? So, wo es keiner sieht? Nee, ich hatte mir das vorhin gekauft und, äh, dachte mal, ich kann das jetzt kurz mal irgendwie auch... Ja, bestimmt bei so einem illegalen Händler wieder, ne? Also, gegen die kämpfen wir schon an, die ganze Zeit. Also... Zille. 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 Willst du zu unserem Planke, ja? Willst du uns an... Willst du dich anschließen? Willst du dich anschließen? Ich hab das akustisch grad nicht verstanden. Ja, der hat auch nur Müll gelabert. Beachte den nicht. So, was... Soll ich den nicht auch... Was machen wir denn mit dir? Was machst du denn jetzt hier? Brauchst du was zu essen? Äh, das passt schon. Okay. Willst du nicht mehr herausfinden, wie ich mir überhaupt irgendwas geschafft habe oder so. Ja, ah, okay. Also ein Anfänger. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, fängst du am besten nicht hier an, weil hier sind ziemlich viele böse Leute unterwegs. Wir kontrollieren die ja mal ab und zu, aber... Ja. Dacht mal schon, fassst du wirst hier... Ja, da ist irgendjemand mit Gold oder so. Hat mich Karl auch schon geschlagen. Hm, ja, da musst du aufpassen. Da gibt's einige. Die drei Typen da, die sind auch nicht ganz ohne. Aber... Hast du Glück, dass ich nochmal hier bin? Ey. Keine Faggern hier. Wollen wir den nicht aufnehmen? Der scheint ziemlich nett zu sein. Näh, 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 wir haben keinen Platz erstmal. Ja, der kann bei mir wohnen. Okay. Ähm, der Alex, also der Hanekopf, der macht dir das Angebot, dass du bei ihm wohnen kannst und der dir erstmal alles zeigt, wenn du möchtest. Also, ist deine Entscheidung. Ansonsten, ähm, ist es hier nicht sicher zu leben, wenn du nicht Teil unserer Gruppe bist, weißt du? Äh, okay. Ja, weil uns gehört sozusagen hier. Ich hab jetzt nur spontan einen Server rausgesucht, also... Oh ja, das ist ja dann... ...wär jetzt irgendwie längere Zeit jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Ich hab selber ein paar Kollegen... Hm? ...die das dann, äh, auch schon einen Tick länger spielen und die haben auch... ... auch irgendwie schon den Server und alles rausgesucht. Hm, okay. Ich wollte jetzt nur für mich selbst einmal kurz hier ein bisschen rumlaufen, gucken, wie das so ist. Okay, schade. Gut, dann machst du das woanders, ne? Ciao. Oh Mann. Ja, ich hab jetzt noch mal. 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 Ja, ich hab jetzt noch mal.